Aloha und herzlich willkommen zum Weltuntergang. Oh nein! Ja, und viele haben gedacht, beim Weltuntergang da stürzt ein Komet auf die Erde, aber nein. Slammy Mandy kommt. Slender ist schuld und das in der 7th Street. Moment, ich muss die Kamera ein bisschen gerade setzen. Oh, da stehen wir auch schon auf. Okay. Ja, ähm... Der Tag des jüngsten Gerichts ist eingetroffen. Der 21... Du kannst es nur abwenden, wenn du die 8 Zettel findest. Der 21. Dezember 2012. Es ist schon so weit, schaut in den Himmel. Der Weltuntergang war da. Und wir sind... Nicht rennen. Wir sind einer der letzten Überlebenden. Und die Geisterstadt... Alle haben die Stadt verlassen, weil der Weltuntergang halt jetzt ist... Das ist voll hell. Bei mir, als ich es geguckt habe, war es voll dunkel. Ja? Findest du es hellig? Ich finde es hell. Hat er keine Taschennappe, oder? Doch. Achso. Okay. Mit Taschennappe ist das so hell. Okay. Ja, mein Schatz. Was hast du... Äh... So. Hier. Was findest du gruseliger? Slender 7th Street, Mansion... Ich war da an den Zettel. Habe ich schon noch was gespielt? Nee. Doch, das Normale. Ganz Normale. Ja, fandest du es auch gruselig? Ja. Das fand ich am schlimmsten, als ich noch nicht wusste, wie das Land überhaupt aussieht. No escape. Es gibt keinen, komm. Der Weltuntergang... Kommt. Wir können uns nichts dagegen wehren. Oh Gott. Da ist ja zwei Zettel schon direkt. Nowhere is safe. Trink was, aber nicht erstrecken, sonst spucke ich meine Sachen ab. Schreiben immer die Leute, dass sie irgendwas trinken wollten, dann haben sie es erstreckt. Dann haben die es ausgespuckt. Dann trink bitte nichts. Ich habe Angst, dass mein Bildschirm voll spuckst. Palastman Backhamsuit. Wow, drei Zettel. Hat Peter nicht auch nur drei gehabt? Oder ist er gestorben oder so? Ja, wir haben gerade eine gute Route, glaube ich. Ja, glaube ich, eine gute Route. Oh, die Knarze kommt. Hörst du das? Ja. Oh, da ist eine Sackgasse. Aber, oh, nicht. No face. Still cheese. Ich gehe einfach rückwärts. Das ist tricky, oder? Ich gehe einfach da rückwärts gehen. Haha. Sackgasse. Ah. Es ist normal, dass es so rauscht. Ja, es ist normal, dass es so rauscht. Hört ihr das auch? Ja, das werden die auch. Hört ihr das auch? Schreibt es in die Kommentare. Tach. Tach. Wir haben noch keinmal den Slender gesehen. Puh, ich habe ein bisschen Angst, habe ich jetzt, dass der Weltuntergang für uns jetzt bald so weit ist. Oder ist es Slender auch mituntergegangen? Ist das ja jetzt... Nee, Slender ist ja die Ursache vom Weltuntergang. Das wissen nur die wenigsten. Ach so. Always watches no ice. Aber da stand gar nicht nur ice. Das steht beim Original. Es steht always watches no ice. Wenn man hier alles healthy gefunden hat, ist das dann einfach zu Ende? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Das ist auch... Ah. Oh, jetzt kommt das Piepsen des Todes. Tinnitus, vor allem. Scheiße, was hat ich gemeint? Ja, ich auch. Ah. Oh mein Gott. Sieben Zettel, sieben Zettel, Leute. Oh mein Gott. Ist das der Todes- Ist das der Todes-Run? Ist das der Todes-Run? Oh Gott. Wie wir hier durchrennen und einfach alles mitnehmen. Oh oh. Boah, mein Herz schlägt gerade. Wie verrückt. Aber nur, weil ich nicht weiß, wann er kommt. Und weil ich jetzt weiß, dass er jetzt bald kommen wird. Oh mein Gott. Boah, wie es direkt los geht. Ah. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wo der letzte Zettel ist. Ah. 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 Ich weiß nicht, wo der letzte Zettel ist. Ah. 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 Eben hat uns das Slenderjahr erwischt und plötzlich irgendwie wieder aufgewacht. Und sind in der verlassenen Villa. Wo hat der Herr Slender uns hingebracht? Vielleicht finden wir hier das Rätsel um den Weltuntergang. Mal gucken. Mal gucken. Wir gehen einfach mal los. Mal gucken. Mal gucken. Da kann auch kommen, wenn du nichts einsam. Mal gucken. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Okay. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Und von oben nach unten arbeiten. Ich bin im Kreis gelaufen Boah, wenn der jetzt uns kriegt, dann ist der Weltsuntergang auf jeden Fall Besiegelt Und dann geht die Welt unter und wir hätten ihn abwenden Oh mein Gott, da steht er Warte auf jetzt, von hinten Scheiße Oh Gott Oh mein Gott Was ist denn los? Die Welt geht unter Und wir laufen ins Messer Wie wäre es, wenn du dein Gesicht in die Kamera wendest? Ist das Telefon für mich? Ey, das mache ich nie wieder Und wer die Scheiße geschrieben hat, kommt euch in die Kommentare Ihr könnt euch irgendeinen Scheiß ausdenken Aber verarschen könnt ihr mich nicht Doch habt ihr geschafft Drei Oh mein Gott Oh mein Gott, was soll denn das? Ja Ich habe schon jegliche Motivation verloren Jegliche Motivation Jegliche Motivation das Spiel zu geben Aber ich dachte, du darfst die Welt nicht untergehen lassen Ja, und wenn ich jetzt verliere, geht die Welt unter Wer die Scheiße von euch in die Kommentare geschrieben hat Ja, sammelt erst die Schlüssel Und dann gewinnt ihr das Spiel Wer das geschrieben hat, ne? Oh, ich war ja schon mal jung Du hast die Tür für oben, Alter Ja Wer das geschrieben hat, ne? Ich komme euch nach Hause Und reicht euch persönlich den Arsch auf Jetzt bleibt mal ruhig Und jetzt gehör auf, mal weg zu gucken Du guckst mal weg Ich habe Angst Ja, ich habe auch Angst Und ich muss trotzdem hingucken Boah, wenn du das Spiel gespielt hast, ne? Ja Ich hätte mich so abgelacht Wenn du das Spiel gespielt hättest Und du hättest nicht damit gerechnet, dass der kommt, ne? So ganz locker Und dann so Ja, wir haben ja als Schlüssel Und dann hättest du den gefunden Überleg mal, du hättest in die Hose geschissen Nee, ich wäre einfach extra reingelaufen, ne? Ob die Spielsende gewesen wäre Ja, deswegen, ne? Du bist doch die richtige Spielerin, ne? So, wir haben vier Da ist noch einer hier oben Und in der äh Im mittleren Etage Und dann Ich will jetzt nach oben gehen Slender, du kannst mich nicht aufhalten Du kannst mich nicht aufhalten, Slender Wo bist du? Wo bist du? Ich renne Ich renne aber Wo bist du? Wo bist du? Frage ich dich Wo bist du? Slandy 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 Wo bist du? Slandy Provozier ihn nicht Doch Slandy, komm Wenn die Tür jetzt hier oben nicht der Schlüssel ist Wenn das jetzt nicht der Schlüssel findet Doch Ich will zuerst jetzt diesen hier holen Oh, hier bin ich so oft gestorben an dieser Stelle Weißt du, was ich jetzt mache? Ich nehme mir den Schlüssel und gehe rückwärts aus dem Zimmer raus Rückwärts Rückwärts, rückwärts ist das größte Angst was Oh Gott Ey Hast du das gesehen? Ja Ich bin rückwärts rausgegangen, aber Like a boss Kannst du mal bitte sagen, ich bin like a boss 5 5 von 12 5 von 12 Und wo hat er mich erwischt? Nach dem ersten schon hat er mich erwischt Und trotzdem habe ich jetzt schon 5 Komm, wir sagen, die Welt geht nicht unter, wenn ich 6 schaffe Okay? Wenn ich 6 schaffe Das ist schon ganz krass Der kommt auf Das ist egal Das ist egal Nein, das ist das Slender Halt mich nicht weg So, ich habe 6 schafft Okay, die Welt geht nicht unter Okay, 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 okay Da war er schon wieder Oh, okay Oh mein Gott Ich stehe da überall Was ist los mit dir Slender? Was ist los? Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Tu die Kopfhörer rein Was ist los mit dir? Halt mich Er war ja überall Ich gehe wieder runter Ne, hier haben wir nicht alles rum Sagen wir, wenn ich 7 schaffe 7 ist eine Glückszahl Okay? Ey mein Herz Oh Gott Zieh die Kopfhörer an Hab ich? Und jetzt guck in die Kamera Ich hab die Kopfhörer Ja Bin neben dich Wo ist das letzte Teil? Keine Ahnung, geh in den Keller einfach Ich habe keinen Schlüssel gefunden oben Ich bin einfach Oh, hast du doch auf der Truhe Hast du den Schlüssel genommen? Habe ich den Schlüssel genommen? Ja, hast du, geh da runter Ey, geh runter Ich weiß, dass du mich fragen Ne, ich muss das siebte Teil jetzt Das siebte Teil ist hier Okay 7 Telefon Slender, jetzt kannst du kommen Ich hab 7 7 ist mehr als 12 Ich geh jetzt runter 7 7 war es wirklich 7 ist Die Welt geht nicht unter Die Welt geht nicht unter Ihr könnt heute Nacht beruhigt schlafen gehen Oh, wir sind wirklich unten Ich hab doch gesagt, lass dich schlafen Ich hab doch gesagt 7 ey 7 mal 7 ey 5 Moin Appel Käse Boah, ich hab mein Herz Ne Nein, nein, da draußen steht er Schaut mal Wer steht da draußen? 3 1 Ah riecht Es f hijo Es haust Nein, wir haben hier noch eins vergessen, die große Wanduhr, krass, da fehlt uns ja nur noch eins insgesamt, der Teddybär, uns fehlt oben nur noch der Teddybär, uns fehlt oben nur noch der Teddybär und hier unten die Wanduhr, okay, schade, schade, aber wir hätten nur für Teddybär die Wanduhr, war aber ne gute Runde, hat Spaß gemacht, ja, hat Spaß gemacht, ne, zuzugucken, ja, schön, schön, Leute, wenn es euch auch Spaß gemacht hat, zuzugucken, dann würden wir uns über die Weltuntergangs-Slender-Special-Folge natürlich über eine positive Wertung freuen, wenn wir, ich bin ja jetzt zwei Wochen bei Katie, die ganzen Weihnachtsferien, das heißt, wir können sehr oft zusammen Slender spielen, sag mir, wie viele positive Wertungen wir brauchen, bis du einmal spielst, nein, ich spiele nicht, sag einfach, nein, okay, dann sag, bis du wieder mit dabei bist, Wir können ja mal zusammen spielen, ich fahre an und du übernimmst oder sowas, okay, okay, wie viel, wie viel, wie viel, ja, wie viel ist denn realistisch, realistisch, du verdoppelst das bestimmt, ich sag mal, realistisch so 100, Oh nein, das hast du schon öfters erreicht, 150, Ne, das hast du schon öfters erreicht auf deinem Spielkanal, einfach mal so, zack, wegen der normalen Aufnahme, der fascht mich doch nicht, der fascht mich, Leute, ihr müsst mich jetzt unterstützen, damit wir das nochmal spielen können, weil ich muss meine Freundin jedes Mal tausendmal überreden, Stimmt gar nicht, Ey, aber oft genug sagst du, nee, Slender hab ich keinen Bock zu, Voll, ich hab's immer so Angst, immer, Ja, sag nicht, stimmt gar nicht, du hast Angst, Ja, aber ich, aber alleine spielen würd ich nicht, Ja, aber dann, Dann würd ich extra in den Slender reinrennen, weil ich's Angst hab, Okay, 200, 300, Ne, 300 schafft kein Mensch, Ja, dann musst du mit deinem Kanal ordentlich Promotion machen, Du hattest letztens schon 150 Bewertungen hier drauf, Ja, 250 ist 100 mehr, Ja, trotzdem, Okay, Leute, 250 positive Bewertungen, Wenn wir das zusammen schaffen, dann gibt's direkt dieses Wochenende noch eine Folge, Dieses Wochenende? Dieses Wochenende direkt, Wann wollen wir das denn machen? Ja, einfach so, Like a Boss, So, wenn's euch gefallen hat, Versuchen wir die 250 zu knacken, Schreibt in die Kommentare, Welches Spiel ihr in Pussy gefallen hat, Mansion oder 7th Street, Also das erste oder das zweite, Und, ähm, ja, Wir haben es geschafft, Die Welt den Weltuntergang abzuwenden, Wir brauchten nur sieben, Haben wir es natürlich, Haben wir es geschafft, Haben wir es geschafft, yeah, Und dann würd ich sagen, Bis zur nächsten Folge, Wenn es wieder heißt, Slandy Mandy, Ciao! 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 Ciao!